So, da sind wir wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle verschiedene Arten von Waffen, die mindestens episch sind im Verlauf eines Matches. Ihr seht schon, ich bin hier außerhalb der Zone. Ich kann euch sagen, hier die Pump, habe ich mir geangelt. Dann die Fernlandzündung, Fernland, Fern, weckt mich am Besen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Fernzündladung habe ich aufgehoben, wusste ich nicht, dass sie zählt. Aber wie gesagt, die zählt auch. Hier seht ihr, liegt einfach rum der Raketenwerfer. Zack, so haben wir also auch die Aufgabe erledigt. Wie gesagt, ich war eh noch mit der Angelaufgabe beschäftigt. Deshalb war ich mir da, komm, probierst du einfach. Dann habe ich schon die Pump gefunden. Ich dachte, komm, renn noch weiter, eile dich halt in der Zone. Ihr seht es ja, jetzt haben wir noch die andere Aufgabe auch noch erledigt. Das Outfit jetzt auch schon freigeschaltet. Ich hoffe, ich konnte bei einem oder anderen weiter öffnen. Wie gesagt, guckt, dass ihr halt die Fernlenkzündung mitkriegt. Habt ihr schon mal einen Gegenstand. Vielleicht habt ihr auch so Glück wie ich. Angelt durch den Graben einfach. Guckt, dass ihr halt einfach nicht sterbt. Aber ich denke mal, eigentlich müsste es ganz easy zu machen sein. Und in dem Sinne würde ich sagen, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall auch viel Spaß mit dem Skin. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.